Der Ritter hat auf genau so eine Gelegenheit gewartet. Auf einen aussichtslosen Kampf, bei dem er um das Siegeswillen sein Leben aufs Spiel setzen kann. Dann mal auf in diese aussichtslose Schlacht. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass es unsere letzte wird. Wir haben noch einiges durchzustehen. Was immer dieses Abenteuer auch für uns bereithalten mag. Der Ritter ist stolz, geehrt und glücklich, deine Gesellschaft genossen zu haben. Glücklich? Genossen? Und das aus deinem Munde? Das ist doch schon mal ein Sieg, den ich hier davon tragen konnte. Falls ich da mit daneben liege, sind wir wirklich am Arsch. Mich, äh, den Ritter rührt, keine Sorge. Um der Götter Wille! Verschwindet von hier und erledigt diese Sache! Ihr Leute seid einfach widerlich!